Halliallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Ostwind. In der letzten Folge hatten wir einen etwas seltsamen Traum, der ein bisschen eventuell Fragen beantwortet hat. Und deswegen müssen wir uns jetzt schnell auf den Weg machen, bevor uns jemand entdeckt, was... Egal, ich will es gar nicht wissen. Schön leise. Oh, da ist ja... Tinker. Was macht die denn hier? Ja, egal, ich will es. Tinker! Psst! Wenn mein Papa uns sieht, wird er troben vor Wut, dass du Ostwind gestohlen hast. Schon wieder. Entschuldige, ich hab's rausgefunden. Was rausgefunden? Was hier vor sich geht. Was Isabel plant. Und die Wahrheit über Frau Kaltenbach. Die Wahrheit über Kaltenbach? Bist du sicher, dass du nicht schon wieder mit deinen Geschichten durchdrehst und dann jemanden schlägst? Ja. Treffen wir uns beim Zugdepot. Dann können wir reden. Na gut, wir sehen uns da. Aber die hat uns doch verraten, die Tinker. Was? Warum? Wo ist die Animation? Warum ist die kaputt? Ja, das geht so nicht, Pferd. Nein, was? Nein, was tust du, Pferd? Kau, stopp. Eieieie. Okay. Ähm, ja, also... Wir sollten mit der Tinker eigentlich nicht mehr reden, denn die hat uns verpfiffen. Dank der war dieser Pferdehänger leer. Also nicht dank ihr war der Pferdehänger leer, aber sie hat uns von dem Pferdehänger erzählt. Und warum sollten die das mal mit dem leeren Hänger da auf uns warten? Na ja, wir sehen, äh, was, äh, passiert. Höh. Ob man, weil die geschlafen hat, bin ich jetzt auch müde. Na ja, wir sind ja gleich da. Und dann sehen wir mal weiter. Aber wieso treffen die sich immer bei diesem Zugdepot? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Sie hat Sam dabei. Der uns das Pferd wegnehmen wollte. Ja, genau. So steigt man ab. Hä? Was willst du hier? Verschwinde lieber schleunigst oder ich schicke dich in einem Geschenkkarton zurück an Isabelle. Ganz ruhig, lass ihn sprechen. Du bist wütend auf mich. Und du hast auch jedes Recht dazu. Ich hab mich in einer schrecklichen Situation schrecklich benommen. Aber, ich, ich dachte... Was dachtest du? Ich weiß, dass ich Unrecht hatte. Aber ich... Mein Großvater hat mir erzählt, dass Mika und Ostwind eine Verbindung haben. Tiefer als alles, das wir wahrnehmen können. Normalerweise höre ich nicht auf seine Geschichten. Aber ich dachte, wenn wir Ostwind helfen, können wir vielleicht auch Mika helfen. Indem du das Pferd zwingst, zu tun, was du willst? Das hättest du besser wissen müssen. Ari, bitte. Diese Methoden, Tordos-Methoden, die hat er vor Jahren von meinem Großvater gelernt. Ich dachte, das ist der schnellste Weg, um Mika aus ihrem Koma zu wecken. Und ich hab mich von Isabels Versprechungen über die Zukunft des Gestüts und meiner Karriere blenden lassen. Du musst mich verstehen. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Dass ich vermutlich für immer bereuen werde, dass ich nicht von Anfang an auf deiner Seite stand. Und dass ich dir helfen kann, Isabell aufzuhalten. Ich hab ihnen gesagt, dass du weißt, was los ist. Wir wollen alle, dass das aufhört. Für Mika, für Ostwind, für Maria und für dich, Ari. Bitte. Lass mich euch helfen. Ich denke, er verdient eine zweite Chance. Was meinst du, Ari? Mika! Du bist wieder da! Ich war nie weg, Kriegerin. Selbst wenn du mich nicht siehst, bin ich immer an deiner Seite. Mika? Wieder da? Wovon redest du denn? Äh, ich... Ich meine, ich bin froh, dass du wieder da bist, Sam. Um Mikas wegen. Also, was ist der Plan, Ari? Was hast du herausgefunden? Ich hab herausgefunden, dass Isabell mit Waterflow Unlimited zusammenarbeitet. Sie hat wohl Teile des Anwesens verkauft, um dort irgendeine Anlage zu bauen. Der Tag der offenen Tür wird als Ablenkung benutzt, um die Baumaschinen ohne Proteste anzuliefern. Und als ob das nicht schon genug wäre, hab ich das Gefühl, dass Isabell Maria irgendwas angetan hat. Maria Kaltenbach etwas angetan? Aber was denn? Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass sie was mit ihrer Medizin gemacht hat. Was? Das ist doch verrückt! Das hat Fanny uns doch auch schon gesagt, Sam. Sie hatte auch immer so eine Ahnung. Ich hätte mehr auf sie hören sollen. Ich war so ein Idiot! Isabell hatte mich einfach mit ihren Ideen und ihren... Doch, zu schnell. Was ist denn Sam? Also brauchen wir jetzt nur noch Beweise für Isabells Betrügereien, damit Maria Kaltenbach zurückkommen muss und wieder das Sagen hat. Vielleicht ein Vertrag zwischen ihr und Waterflow. Rechnungen, ein Chatverlauf. Einfach irgendwas, das ihr wahres Gesicht enthüllt. Ich kann nicht in Gut Kaltenbach einschleusen. Wirklich? Aber wie? Bei Isabells Renovierungen auf Gut Kaltenbach habe ich geholfen, den Zaun aufzustellen. Es gibt ein Tor von der äußeren Koppel nach innen, das nicht sehr stabil ist. Ich repariere meinen Traktor und reiße das Tor ein. Dann kannst du dich unbemerkt reinschleichen. Was brauchst du denn für die Reparatur? Ein paar Teile. Und mein Arm tut immer noch weh, nachdem Ostwind in meine Richtung ausgeschlagen hat. Ich kann die Teile nicht selbst besorgen. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint. Du hattest Angst. Ist ja auch nicht das erste Mal. Stimmt. Also, Ari holt die Teile und Sam und ich suchen nach einer geeigneten Stelle, um den Traktor zu reparieren. Ich... Ich helfe dir. So. Das erste Teil ist bei der Tankstelle. Hab ich schon vor einer Weile bestellt, um meinen guten alten Traktor zu reparieren. Bin schon unterwegs. Warum hat er weiße Handschuhe an? Und warum ist die Aufsteigerin? Ich hätte nicht gedacht, dass er so ein netter Kerl sein kann. Die Animationen. Warum sind die Animationen kaputt? Er hat dich zu einer schwierigen Zeit kennengelernt. Schön zu sehen, wie er sich umsorgt. Gut. Also auf zur Tankstelle. Na ja. Ich weiß nicht, was ich von alledem halten soll. Ich finde es übrigens auch sehr dubios, dass Mika nur noch als, ähm, ich weiß nicht, als Beraterin fungiert. Wenn sie doch so eine innige Beziehung zu Ostwind hat. Vor allem, wie kann sie aus dem Koma... Wie ein Geist, äh, umherfliegen quasi. Pferd, was machst du? Das Paket für Sam Kahn? Das habe ich gerade zurückgeschickt. Er hat es über zwei Wochen lang nicht abgeholt. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr den Lieferwagen vielleicht noch. Es ist das gelbe Paket. Was jetzt? Sollen wir drauf schießen? Ganz ruhig. Folge ihm einfach, bis sich die Gelegenheit ergibt, mit dem Mann zu sprechen. Oder wir schießen einfach drauf. Oder wir schießen auf den Typ. So, jetzt stecken da lauter Pfeile in der Karre. Oh Mann, oh Mann. Wie es halt völlig gescriptet ist, dass es vor mir bleibt. Ey. Was war das denn jetzt? Und die Pfeile, die schweben hier in der Luft. Okay. Wo ist es denn? Ah, hier. Das Spiel ist kaputt. Irgendwie freue ich mich ja, aber wirklich vertrauenserweckend ist das nicht. Denk einfach nicht zu viel darüber nach. Bringen wir es zu Sam. Ja, ja. Da ist noch so ein Billboard, aber, äh, kein Bock. Das sind noch 24 Stück, 25, bis wir die alle finden. Na ja. Ja. Jetzt, ähm, gehen wir mal zu Sam zurück. Beziehungsweise galoppieren. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. So. Oh, mir schleift's Gesicht ein. Na gut, ist auch schon wieder halb drei. Okay. Muss noch schneiden und dann ins Haierbettchen bald. Mal sehen, ob ich dann auch ein Pferd hab, wo ich drauf schlafen kann. Wahrscheinlich eher nicht. So. Noch über einen Kilometer. So. 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 Das ist echt ein ganz praktischer Geländewagen, also man kommt sehr gut durchs Gelände. Boah, ich schlaf schon. Ich schlaf schon ganz genüsslich vor mich hin. Dann wird Zeit, dass ich mal speichern kann. Oder dass das Spiel automatisch speichert. So, wo ist denn jetzt der Faktor? Spreng rüber. Macht er nicht. Warum nicht? Ich verstehe dieses Pferd nicht. Na also, geht doch. Ach ja, so. Wieder die tolle Absteige-Animation. Hier hast du dein Teil. Äh, das sind zwei Traktoren, die ineinander stehen. Och, jetzt war ich zu schnell. Jetzt ist es wieder nur ein Traktor. Ähm, ja. Gibt es hier ein Lagerfeuer? Da ist das Pferd. Da ist die Markierung. Ich würde gern speichern. Ich muss, ich muss ins Bett. Ich schlaf hier auf der Stelle ein. Es sind noch zwei Kilometer, das schaffe ich nicht mehr. Da falle ich... Da falle ich vorm Pferd. So. Deswegen würde ich sagen, meine Freunde, machen wir hier eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Time to play. Hier bei Ostwind. Und dann... Ja. Sollte es nicht gehen, werde ich dann halt nochmal bis hierhin spielen. Aber mal schauen. Vielleicht wurde ja zwischengespeichert. Ich kann eigentlich mal hier schauen. Billboard Hand 2.09 Uhr. 2.40 Uhr. Ja, das war gerade eben. Das müsste passen. Gut. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Bis denn, macht's mir gut. Tschüss. 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 Tschüss.